Das Alumni-Netzwerk der FAU verbindet alle Generationen der FAU-Familie miteinander. Ehemalige wie aktuelle. Ich treffe hier engagierte Menschen aus allen Bereichen. Ich verpasse keine Einladung zu spannenden Events und bleibe auf dem Laufenden über die Entwicklung meiner Universität. Im Alumni-Netzwerk dreht sich vieles um Karriere und Beruf. Auch schon für den Nachwuchs gibt es Angebote. Was ich mega finde, sind die Karriere-Treffs der FAU. Denn die stehen unter dem Motto, Studis fragen, Alumni antworten. Alumni der FAU leben auf allen Kontinenten. Mit Hilfe des Alumni-Netzwerkes halten sie den Kontakt zueinander und zu ihren Freunden an der FAU. Ehemalige Studienfreunde kontaktieren, sich in Gruppen zusammenschließen, spannende Alumni-Interviews lesen oder einfach über die FAU informiert bleiben. All das geht in der FAU-Community. Ob Alumni-Gruppen gründen und die Lebenserfahrung an Jüngere weitergeben oder junge Talente mit einem Deutschlandstipendium unterstützen, im FAU-Alumni-Netzwerk gibt es viele Wege, Gutes zu bewirken. Bleiben Sie Ihrer Alma Mater auch in Zukunft eng verbunden. Kommen Sie in das Alumni-Netzwerk unserer FAU. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.